Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video und heute spielen wir mal, ihr seht schon, warte, so zu genannten Belle von Star Wars spielen wir heute und nur offline heute mal mit den Freunden Leo. Wir spielen zusammen, also Team oder so, also Ansturm oder Team. Ansturm. Also bei Ansturm muss man wissen, Republik oder andere. Dann sind wir böse. Bei Ansturm ist es so, bei Teamkampf ist es dann anders. Aber erste Ordnung, ja? Ja. Warte, mach ich gleich. Das muss ich mal richtig sehen. Bei Ansturm ist es dann so 10 Minuten, Eliminierung benötigt 200 oder was? Ja, aber erste Ordnung, nicht galaktisch. Achso, erste Ordnung dann noch? Ja. War es ein Planet oder was? Ja. Okay, let's go. Also wir steigen jetzt in verschiedene Planeten rein. Äh, muss erst mal gucken. Und Leute, ich komm gerade aus Fortnite rein, damit ihr euch wundert, mein WLAN ist gerade bis nur 21.30 Uhr. Nur mit denen ich gerade zocken wollte. Aber wir spielen mal heute wieder Belle von. Das ist immer gut. Na ja, kurzer Kart erst mal, bis es fertig geladen hat. Wollen wir fliegen? Da sind wir wieder und haben gerade bemerkt, dass wir fliegen. Wollen wir fliegen? Ich muss einfach Ego-Perspektive nehmen. Das ist richtig geil. Alter. Alter, guck dir mal meine an. Oh. Ahja, das war es mal wieder komplett. Ich kann gar nicht fliegen. Ahja, ich kann gar nicht fliegen. Also, machen wir doch mal... Machen wir Boden. Ich finde der Boden allgemein besser. Ja, viel besser. Ahja. Oh, Mann. Wieso machen wir eigentlich sterniger Ansturm? Keine Ahnung. Zwei davon. Zwei davon bei jedem. Ja, muss ich zäger. Unser Probelauf. Kurzer Probelauf. Irre. Ja. Zwei Stunden Spieldauer. Wir sind uns kurz wieder, bis es wieder geladen hat. So Leute, da sind wir. Wir spielen jetzt nur Helden. Haben wir eingestellt. Keine Ahnung warum, aber egal. Ich bin jetzt nur Helden. Ich bin oben und Leo ist unten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich komme gerade, würde ich noch sagen, dann aus Fortnite, wenn da gerade D-Land abgestürzt ist. Nur damit ihr Bescheid wisst. Äh, mit ihr wobei ist. Ich finde hier gerade gar keine Gegner. Ich finde sie nur ein Wuppen. Komm her. Ich brenne dich nieder. Stichere. Ich habe die ersten zwei gefunden, aber jetzt finde ich gar nicht. Ich habe den erst. Ich habe auch zwei gefunden. Ich finde gar keinen. Wir müssen mal beieinander bleiben. Dann kommen die. Komm mal. Ich habe Boba Fett und äh... Boba Fett ist auch fett. Oh. Keine Ahnung. Warum? Ich habe den einfach genommen, weil er gut ist. Und... Leo äh, hat auch... äh... Also die ist auch schon gut. Wenn man die genau versteht, dann ist man auch gut. Und wenn man das Kapitel spielt davon, ähm, dann kann man, dann kann man es auch, ähm... Ich werde, glaube ich, davon auch noch ein Video machen. Aber... ist derzeit kein Video gekommen. Also... wird jetzt öfters weggekommen. Also ich versuche es... ob ich Zeit habe. Aber ich glaube, ich habe Zeit. Entweder werde ich wieder, äh... mit Ferien... ähm... einen kleinen Blog machen. Oder so. Keine Ahnung. Und wo bist du jetzt wieder? Äh... Ich gehe nach Reinhardz. Ne, ich meine... Also... Wenn du hier gerade bist. Echt? Ne, ne, bitte. Aber... Ich gehe mal zum Urlaub. Da fahre ich nach Reinhardz. Da kann ich dir zeigen. Das ist ein kleiner Bauernhof. Der ist, äh... Der ist, ähm... Der gibt's Tiere. Der gibt's Küre. 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 Ach, Alter. Bestes Deutsch. Guck mal auf. Schreibt mal unten in die Kommentare, wo ihr auch wart. Ach, scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh... Mal sehen. Mal sehen. Ich nehme mal wieder den Geburtsgesetz. Ach, der ist... Stierf! Stierf! Stirb! Stirb! Hier, ich brenne dich nieder. Das ist das! Woher man Battlefront richtig raus hat, also man kann auch hier online spielen. Ihr könnt ja auch selber mal spielen, wenn ihr wollt. Könnt ihr gerne auch mal sagen, wenn ihr spielt. Würde mich auch interessieren, welche Spiele... Schreibt es unten in die Kommentare, welche Spiele ihr spielt. Also so andere Fortnite oder so. Schaut da einen Epic-Namen hin. Dann könnt ihr gerne noch liken, abonnieren. Dann bei den lieben XT-Gamer vorbei. Schöner. Vorbeischauen noch. Das sind auch mal ein Abo da. No Scope. Wo ist das? Null. Nein! Ich bin runtergefallen. Was, weiter mal? Ne, ich bin runtergefallen. Ja, aber ich bin nicht saug da runter. Ja. Er hat immer ein paar mitgenommen. Easy. Dann versuche ich hier ein paar zu erinnern. Mit dem hier. Komm her. Du wirst niedergebrennt. Stirr! Was, die stirbt einfach nicht. Obwohl ich nah genug dran bin ums. Triss das. Triss das. Hier. Kriegst du mit meinen, äh, kriegst du meine Haar aus. In dein Gesicht nähen. Ah ja. Du musst richtig ziehen. Dann ist das. Bei mir sind viele. Komm her. Ich flamm dich nieder. Also, man kann hier auch in den Game Mode online spielen. Äh, man kann Panzer spielen. Man kann, ähm, verschiedene Sachen. Dann, ähm, noch andere Sachen spielen. Ja, und ich glaube, das wird dann gleich in der Runde aufführen, das Video. Aber, ist ja auch egal. Mach vielleicht heute noch ein Video. Man weiß nie, weil ich gucke noch, ob ich überhaupt noch einen schaffe. Oh, scheiße. Oh, da ist der Leo gestorben. Hm, da hinten. Stirb! Da hast du glaube ich gehört. Ich könnte versuchen. Ich weiß auch nicht, ob ich mit wählen. Ja. Ähm, ja. Wir sind echt bereit für das Volk, das auf sie zukommt. Oh, je, ja. Okay, muss groß. Da muss ich auch gewaltig. Oh, da. Oh. Mach schon. Mach schon. Was ist das? Easy. Abgezogen. Oh, da. Na ja, ich denke so, wenn wir die 150 erreicht haben, dann wird's auch, glaube ich, mit dem Video. Ich will ungefähr einen oder zwei, ob wir die drei Likes schaffen auf diesem Video. Dann lade ich sofort das nächste hoch. Also wenn, dann glaube ich mit mir alleine oder mit Leo. Also morgen vielleicht, wenn's geht. So. Easy. Weg rasiert. Aber nur. So. Easy. Also. Es sind ja... Ah! Ich werde angeriffen. Sehr schlecht. Ich werde zu dumm dafür. Stirb! Hat einer meine Granate überliebt? Das ist wieder gar nicht. Ne, wenn er eine Granate überliebt? Dann ist er gut. Dann ist er gut. Dann ist er gut. Ich mag nie das Goldene heute. Hm. Hm. Ich glaube, wir werden heute nur ein bisschen erreichen. Oh! Oh! So, der ist weg. Friss das! Oh, ich hab noch richtig viel reingeholt. Ich mag das immer, wenn die so wegfließen von meinem Sommer. Echt? Oh, es ist er sich. Easy. Kau mich noch hoch. Ich bin zu blöd dafür. So. Easy. Alles easy. Alles easy. Stirb! Also, falls ihr noch fragt, wenn ihr Fortnite auch habt, könnt ihr es euch kostenlos downloaden. Würde mich auch lieber freuen, wenn ihr mit mir mal auch zockt. Eine Runde oder so. Also, wenn ihr wollt. Ich halte Froschminier 11. Könnt ihr dann... Also, ich spiel auf PS4. Dann müsst ihr gucken, ob ihr dann auch auf PS4 spielt oder nicht. Dann wird einfachs spiel. Und schon. Schaff auf die...